Herr Till Ahlens, Sie sind Astrologe, ich freue mich, dass Sie die Zeit gefunden haben, kurz vor der Aufzeichnung unseres Abends, der im Namen der Kunst heißt, kurz mit uns zu sprechen. Sie haben anhand mehrerer Daten ein astrologisches Horoskop erstellt. Sie brauchen dazu ein Datum. Das Datum ist der 10. April 1917 um 17 Uhr und das war der Tag der Eröffnung einer Ausstellung, in der Marcel Dujan ein Urinal ausgestellt hat. Das wird als Geburtsstunde der modernen Kunst bezeichnet. Was konnten Sie astrologisch in Erfahrung bringen aus dem Horoskop über die Zukunft dieser Kunst? Ja, also ich freue mich auch erst mal sehr, dass ich hier sein kann heute und ein paar Worte zu diesem Thema sagen kann und besonders natürlich, dass ich hier über die Astrologie sprechen kann und diesen astrologischen Blickwinkel hier ein bisschen vermitteln kann. Und ja, erst mal vielen Dank dafür, dass Sie mir die genaue Zeit der Ausstellung gegeben haben und auch die Uhrzeit. Das ist immer sehr hilfreich, wenn man die genaue Uhrzeit auch hat. Und das erst mal ganz Spannende ist, dass wir hier einen vage Aszendenten haben, der also zum Zeitpunkt der Eröffnung stellvertretend für diese gesamte Ausstellung und auch, wenn wir das als Horoskop sehen, wirklich für diese gesamte Epoche, dann heißt das erst mal vage Aszendent hat mit Kunst zu tun, mit Ästhetik, mit Harmonie, mit allen schönen Dingen. Und das ist eine sehr treffende Sache. Das spiegelt das sehr gut wider. Und so gesehen deutlich, wir haben es hier mit Kunst zu tun. Und es ist auch eine sehr impulsive, herausfordernde Kunst. Wir haben die Venus, die der Planet ist, die für Kunst im Allgemeinen steht und für alles Schöne. Die steht im Widder. Und Widder, das ist das Zeichen nun, was der Wesen, der Venus relativ fremd ist. Also da geht es um neue Wege gehen. Das ist der Beginn des ganzen Tierkreises. Es geht wirklich darum, auch etwas aufzubrechen, etwas Neues, einen neuen Impuls zu setzen. Und das spiegelt auch das hier wieder. Es ist nicht unbedingt, dass die Venusstellung, wo es um die totale, wo der Schönheitsgedanke, dass das absolute obere Leitmotiv ist, sondern es geht wirklich um dieses neue Impulse setzen. Und das haben wir ja deutlich. Ja. Dieser Impuls wurde vor 90 Jahren gesetzt. Für uns ist besonders interessant natürlich die Zukunft. Wie könnte es weitergehen? Ah ja, verstehe. Kann man daraus irgendetwas ableiten? Ja, da kann man, denke ich, eine ganze Menge ableiten. Erstmal ist es natürlich schwierig, wenn man über Kunst allgemein redet, weil ich während der Vorbereitung zu dieser Sendung gesehen habe, es gibt wirklich viele, viele Kunststile, die im letzten Jahrhundert entstanden sind. Aber was man wirklich sagen kann, also ich habe ein Horoskop noch zusätzlich erstellt. Das beginnt 1901 und da haben wir einen Wassermann-Ascendenten. Und das spricht für eine Epoche der nächsten, ja, Anfang des 20. Jahrhunderts, dass es darum geht, wirklich eine Kunst zu entwickeln, die Wassermann-Eigenschaften hat. Das heißt, extravagant sein, aus den Normen fallen, aus etwas, ja, wirklich Außergewöhnliches, auch manchmal schräg und verzogen zu machen. Und wenn wir jetzt zur Zukunft kommen, wirklich die nächsten Jahre, dann denke ich, dass wir einen großen Wandel in den Kunststilen und allgemein in der modernen Kunst wohl erwarten können. Es wird auch eine schwierige Zeit werden. Es hat auch sicherlich mit dieser Weltwirtschaftskrise zu tun. Da haben wir einen enormen Wertewandel und und das zeigt auch dieses Horoskop. Das ist, wir sind in erster Linie mit Pluto auf allen Ebenen konfrontiert und Pluto steht für Transformation, für Wandel und auch für Schwierigkeiten, dass die Künstler vielleicht auch jetzt, was wichtig ist, den neuen Zeitgeist zu erfassen. Ja. Warum 1901? Sie sagten, Sie hatten ein zweites Horoskop gemacht, was 1901, was war das für ein Ereignis? Das ist erstmal ein Horoskop, was auf New York erstellt wurde, um so diesen Zeitgeist zu erfassen, was in New York alles als Thema angelegt ist für die nächste Zeit. Und da kann man deutlich sehen, dass so große, also mit der Tradition brechen ein großes Thema sein würde, speziell im künstlerischen Sinne. Und wahrscheinlich auch nicht nur, das ist wahrscheinlich auch nicht nur geschehen in der wirklich Darstellung oder Malerei, sondern in den verschiedensten kreativen Bereichen. Und es sind, soweit ich das weiß, sehr viele neue Kunststile entstanden Anfang des 20. Jahrhunderts. Wird es eine gravierende Änderung geben in der Zukunft? Also, dass man zum Beispiel die Moderne verwirft und sagt, das war ein Fehler, irgendwann zum Beispiel mal nicht mehr gegenständlich zu malen? Konnten Sie so etwas sehen? Also gibt es irgendwie ein besonderes Ereignis? Ich denke, Kunst ist immer im Wandel. Und was ich prognostiziere für die Zukunft ist, dass ich denke, dass die Kunst, wie sie jetzt in den letzten 100 Jahren gemacht wurde, unter dem Wassermann-Zeichen stand, also Dinge nicht mehr realitätsnah darzustellen, sondern auch verzogen, ausgefallen, mit abstrakten Ideen. Und dass es in der Zukunft mehr Richtung Fische wieder geht. Und dieser Fische-Archetyp, da geht es um Emotionen, wieder einen Zugang zu Gefühlen zu finden, diese auch darzustellen und eine Verbindung mit dem Publikum wieder zu schaffen. Also das Fische hat auch für mich mit Visionen zu tun, dass die Künstler Visionen wieder in ihre Bilder einbauen und das auf sehr emotionaler, gefühlsbedingter Ebene. Ich glaube, dass diese Wassermann-Zeit, die Kunst, die die letzten 100 Jahre durchgemacht hat, dieses Abstrakte, auch sehr, die Idee an sich, das Abstrakte, das Gedankliche in den Vordergrund gestellt hat und vielleicht zu wenig Fokus auf die Gefühle gelegt hat. Gut. Herr Ahrens, ich danke Ihnen. Ja. Echt herzlich. Danke auch. Für die kleine Darstellung. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank.